Ja, ich bin Sergen Battmann, bin 23 Jahre alt, seit November 2017 bei der Absolut und ja, momentan bin ich halt, wie gesagt, technischer Ariba-Berater, bin auf einem Projekt in London unterwegs und pendle dann immer von Montag bis Donnerstag nach London zurück. Also ich wurde gefragt, ob ich nicht auf das Projekt möchte und habe dann nach langen Überlegungen auch mit Freunden und Familie diskutiert und dann hat sich das relativ positiv oder überraschend ergeben und dann habe ich dem Ganzen zugestimmt und bin jetzt seit, wie gesagt, dreieinhalb Monaten auf dem Projekt. Es ist ein Ariba-Buying-Projekt, wo ich dann quasi als Ariba-Integrationsexperte unterwegs bin und den Kunden dahingehend berate. Also Ziele für die Zukunft bzw. Wünsche werden auf jeden Fall weiterhin internationale Projekte durchzuführen, dann halt vielleicht nicht nur als der Integrationsexperte, sondern als technischer Projektleiter über mehrere Projekte und in dem Zusammenhang natürlich auch Personalverantwortung zu übernehmen. Das wären auf jeden Fall mittelfristige bis langfristige Ziele und ja, eigentlich ist es genau das.